Jüdisch-Australie hat im Schuss zu präsentieren die 12. Vorlehnung von der Jüdisch-Volksmeißler für die Jömim Neroyen. Unsere Vorlehnerin ist Daniel Charag. Der Rohr, was ist gekommen, spät zu kol nidre. Die heiligste Nacht vom Jahr ist die Nacht vom Kol nidre. Die größte Schule ist voll. Jüdisch stehen mit Thalesen über die Käppe. Andere jüdisch tragen weiße Kitteln. Es ist still. Keiner rett nicht kein Wort. Man wartet. Ot wird man bald anheben, die Twilä kol nidre. Vor was hält man nicht an? Der Chasen steht und wartet. Auf wen man wartet? Es ist doch schon lange Zeit anzuheben, kol nidre. Der alte Rohr ist noch nicht gekommen. Man wird nicht anheben an dem Rohr. Darf man warten. Aber wo kann er sein, der Rohr? Wie kommt es, der Rohr, spät zu kol nidre? Was ist geschehen? Der Schames ist schon gewöhnt beim Rohr in der Heim. Dort ist er nicht da. Der Rohr ist schon eine längere Zeit weg vom Stub. Zu kol nidre ist er weg. Und in die Schuhe ist er nicht gekommen. Fusche ist der alte Rohr. Mit stillem Tritt ist der Rohr gegangen zu kol nidre. Er geht vorbei, ein kleines Heisel. Hört er Kinderweinen. Der Rohr stellt sich ab. Er hört noch als das Gewein, was kommt von dem Ohren in der Heisel. Der Rohr öffnet die Tiere. Er sieht ein Wiegele und ein kleines Kind an Eufel in ein Wiegele. Beim Wiegele steht ein Mädel von ein Jahr sechs. Beide Kinder weinen. Was weinst du, Mädel? Fragt der alte Rohr. Die Mama ist er weg zu kol nidre. Und mich gelost hinten, das Kind. Er hat sich aufgehabt vom Schlaf und weint. Weiß ich nicht, was zu tun. Der Rohr hat genommen auf die Hände das weinendige Eufel. Er ist herumgegangen mit dem Kind über Nordem in Stiebel. Er hat geschmeichelt zum Kind. Gerät zum Kind. Das Kind hat euch gehört weinen. Es hat euch gezäunt das Händel zu dem Rohrsgräuer Bord und sich gespielt mit dem langen Gehör von der Bord. Die sechsjährige Schwester hat euch schon nicht geweint. Nun, du sehst, alles ist gut, hat der Rohr gesagt und habe gelegt in Wiegele das Kind. Hat das Kind wieder genommen weinen und das Schwester hat euch angeheuben weinen. Der Rohr hat wieder genommen auf die Hände das weinendige Eufel. Er hat wieder getragen das Kind über den Stiebel und hat gesungen zum Kind, dem niegen Funkel nidre. Das Kind ist gewohren ruhig. Aber wie nur der alte Rohr hat gelegt das Kind in Wiegele, hat es wieder geweint. Das Kind ist mit dem Stimme hungrig, hat der Rohr gesagt zum Schwesterl. Kein sein, hat das Mädel geäntfert. Die Mame hat nicht gekein gegeben Essen dem Kind, weil es ist geschlossen und es hat nicht gewohren, das Eufel. Über so, hat der alte Rohr gesagt, geh in die Schule und ruf die Mame. Ich geh nicht losen, das Eufel allein, sagt das sechsjährige Mädel. Ich will da warten, bis du wirst kommen zurück mit deinem Mame. Die Schwester ist wegrufen, die Mame. Der Rohr hat gehalten das Kind auf die Hände und gesungen ihm, dem niegen Funkel nidre. Das hungrige Kind hat geschmeichelt und sich gespielt mit dem Haar von Rohrspon ihm. Es ist ruhig gelegen auf die Hände von dem alten Rohr und sich zugehört zum niegen. Bis die Mame ist gekümmert von der Schule. Mit Küche tritt ist der Rohr weg in der Schule. Rebe, was ist geschehen mit euch? Rebe, seid ihr gesund? Ist wenn ihm gelaufen antkagen. Gar nicht, hat der alte Rohr gesagt. Auf dem Weg zu Kolnidre hat Gott mir beschert eine große Mitzwe. Gehört, ein Kind weint. Bin ich herein? Gehalten das Kind auf die Hände. Einstiel nach Gewehen von der Kind ist eine große Mitzwe. Also hat der Rohr erzählt, vor wo sich ist gekümmert zu Kolnidre. Kolnidre hat der Chasnong gehäuben singen. Der ganze Ölom hat frum gesorgt die Tfile von Jom Kippel. Der alte Rohr hat noch alles geschmeichelt. Also wir wollen noch alles gehalten, das Kind auf die Hände. Unser Vorleinerin ist eben Daniel Charaag von daheim Daniel Griffenberg. Daniel ist Gebäuerin geworden in Brüssel, wo sie hat übergelebte Mohamed. Zu zehn Jahren hat sie mit ihrer älteren und älteren Schwester Flores verlassen in Europa und sich besetzt in Melbourne, Australie. Daniel ist oft gewachsen in einer jüdisch redenden Kerstube. Sie ist gegangen ins Kif und in der jüdischen Zugabschule unter dem Nomen Judlamet Parents. Sie ist später geworden eine Lehrerin von Jüdisch, gearbeitet in jüdischen Radio und ist bis heute eine teile und stark beliebte Mitgliederin von unserer Gehörer. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF,